Hier präsentieren wir die 5 beste GHD Glätteisen Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. GHD Platinum Plus Styler. Gestalten, ohne Zugeständnisse machen zu müssen, das ist der Slogan des weißen GHD Korrekturbügeleisens aus Amazon.com. Sein Gabelgelenk ermöglicht es dem Individuum, die Kontrolle über das Haar jederzeit bei der Gestaltung zu behalten. Mit exakt gewalzten Platten sind fantastische Ergebnisse mit bis zu 20% mehr Glanz möglich. Eine automatische Ruheinstellung, die nach einer 30-minütigen Pause beginnt, macht Sie zu einem risikofreien Element. Damit das ideale Design Temperaturniveau von 185 C jederzeit erreicht werden kann, passt sich das breite Design sofort der individuellen Arbeitsweise an. Nummer 4. GHD Gold Festival Collection Styler. Der GHD Gold Styler, der auch als Minimal Edition erhältlich ist, verfügt über eine passende Warmeschutzinstanz. Seine beiden Wärmesensore in der aktuellen Generation kommen aus. Sie steuern und stellen eine optimale Design Temperatur sicher, um glattes und gesundes Haar hinzuzufügen. Der Feierteiler trägt seinen Namen aus einem Grund in der mitgelieferten Tasche, kann er mitgenommen und überall verwendet werden. Der Ruhemodus funktioniert sofort nach 30 Minuten Nichtgebrauch. Ein abwechslungsreiches, modernes Rosa-Gold-Layout rundet das GHD-Richt-Eisen optisch ab. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. GHD Max Styler. Der schwarze GHD Max Styler eignet sich hervorragend für seidig glattes Haar sowie für weiche Wirbel oder ausgedehnte Wellen. Die goldfarbenen Platten polieren das Haar zu einem Glanz und bringen es auch in Schwung. Noch größere Haarpartien lassen sich mit der GHD Bürste mühelos stühlen. Eine lange Wartezeit ist nicht erforderlich, da das Gold-Design innerhalb von 30 Sekunden zum Aufwärmeneinsatz bereit ist. Wenn das GHD-Produkt mindestens 30 Minuten an Ort und Stelle bleibt, schaltet es sofort in den Ruhemodus um. Nummer 2. GHD Platinum Plus Styler. Als bestes Produkt von GHD ist das schwarze Premium Korrektureisen eine Zusicherung für spürbar gesundes und ausgewogenes und starkes Haar. Dank der Gabelverbindung hat der Kunde bei der Konstruktion immer die volle Kontrolle. Das Haar wird dank der gewalzten Platten am Modell bis zu 20% mehr strahlen. Für maximale Sicherheit im Gesamten und nach dem Styling schaltet es sich sofort ab, nachdem es 30 Minuten nicht mehr auf dem neuesten Stand ist. Und die Nummer 1 unserer Liste. GHD Gold Styler Professionelles Glätteisen. Der GHD Gold Styler sorgt für glatteres, glattes und auch gesundes Haar. Seine Dual-Zonen-Innovation optimiert das Haarstyling bis zu den Spitzen bei einer Temperatur von 185 C. Im Gegensatz zu seinen Vorläufern hat das Design auch eine deutlich bessere Aufwärmzeit von nur 25 Sekunden. Um zusätzliche Sicherheit beim Styling zu gewährleisten, schaltet sich der GHD-Haar-Gletter nach 30 Minuten sofort ab. Wenn es nicht verwendet wird, wird es auch automatisch in die Ruhe-Einstellung gleitet. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.